Hallihallo bei Conny Canarias heute mal unterwegs hier auf dem wöchentlichen Flumarkt. Ich nehme euch hier einfach mal eine Runde mit und ihr schaut euch ein bisschen um. Also es gibt hier alles von A bis Z. Hier auch jetzt ein paar Kostüme für Karneval, wenn man kein neues kaufen möchte. Klar, wenn man das ein oder zwei Tage an hat, ist das natürlich praktisch. So und da ist ja auch schon die nächste Bekannte. Die muss ich ja jetzt erst mal grüßen. Ja, wenn man so lange hier ist wie ich, dann kennt man überall die Leute. So ist das. Ja, Jolanda verkauft hier auch ihre Sachen. Schuhe, Klamotten. Ja, also hier sind wir an dem Stand von der Jolanda. Hier findet ihr sicher mal was Schickes. Schaut's euch mal an. Jolanda, saluda. Hallo. Hallo. Los esperamos. Ja, klaro, 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 klaro. Also ihr seht, es gibt alles hier. Alles, alles. Auch jede Menge Bücher, auch deutsche Bücher. Also wenn ihr sowas braucht, dann werdet ihr hier fündig. Also viel Klamotten, wie ihr seht. So und weiter geht's. Also es sind richtig viele Stände, wie ihr sehen könnt. Und es ist wirklich alles zu haben. Unterhosen, frische Unterhosen. Also hier gibt es Klamotten für 1 Euro sogar. Keramik. Haushaltsartikel. Also einmal quer durch. So, das war ein Rundgang hier vom Flohmarkt an den Fußballplätzen gegenüber vom Holiday World. Und damit sage ich dann noch Tschüss. Macht's gut und bis bald.